Was? Nö. Ja, geil. Oh, blä. Ähm, ja, 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 ja. Ah, tschuldigung. Ah, okay. Ja, das zählt nicht. Oh, jetzt stimmt der Wind jetzt. Oh, darkness, my old friend. Oh, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Weil es gestern Salat gab. So. So. Äh, 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 äh. So, was gibt's jetzt? Ähm. Achso, Auktion wollt ihr aufmachen. Auktion, Duocchio. So, Duocchio ist offen. Zack. Die Frage ist, was hol ich mir zu essen? Oh, Zinni-Minis. Ja, geil. Verdener-Play jetzt. Alle Augen on you. All eyes on. All eyes sind immer noch auf dir. Ich mein, sie intelt ja praktisch. Jetzt kommt der Gang. Ja, das Ding ist, er killt uns bald. Na, ah, ah, ah. Oh, der hat doch Save-no-Flash gehabt, oder? Oh, er hat einen Kill. Ah. Ich bin der Battle Boss Asia. Ich bin Top-Manager. Tchak, tchak, tchak! Tchau! Ja genau, Alter! Sicher doch! Weißt du, machen wir einen kurzen Vergleich. Asia, W-Soldat, Q-Soldat, 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 Geiler Shuffle, Ultimate, heftiger Auto-Attack, noch ein heftiger Auto-Attack, Q-E, heftige Ultimate, Weiger, W-Q-R. Er hat bestimmt die Potatoes-Gurte, ne? Oh ne, jetzt sterbe ich echt wegen sowas. Obwohl. Fuck, Alter. Wie habe ich das geschafft, Alter? Later, ich fliege dahin, davon, dahin, davon, 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 davon. Gehen Sie bitte fort. Wow, Castle Mechanics, later. Later. Stoppen Sie das jetzt bitte sofort. Stoppen Sie das jetzt bitte sofort. Stoppen Sie das. Hahahaha. 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 Huuu. Huuu. Later, was? Ah, seht ihr, das meine ich, Alter. Genau das meine ich. Genau das meine ich, Alter. Kompletter Int. Ich habe auch dezent überfordert, muss ich es zugeben. Was? Nicht sein Ernst. Was? 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 Das wird schon, das wird mit zweist, ihr Leute. Könnt ihr mal bitte aufhören? Oh, Leute, ich kann das auch an den Ausma, richtig geil. Könnt ihr mal bitte hier ein bisschen, das wird mir zu anzüglich, ihr Leute. Das wird mir zu anzüglich. So. So. Beziehungsweise zu glücklich. Leute, jetzt, komm, wir haben nochmal ne Chance. Let's go, boys. Let's go, boys. Komm. Mann, Darius ist so ekelhaft, Alter. Der stirbt einfach nicht. Der stirbt einfach nicht. Nein, ich bin halt der Einzige, ich habe halt auch viele Tode, aber ich bin der Einzige mit Kills im Team. So, irgendwie. Ne. Oh, Leute, ihr seht's gar nicht, ha? Hier. Ja. Alter, Leute, dieser JaZor. Null Tode, was ist hier los? Null Tode gewinnt die Midlane. Ja, hallihallo. Hallihallo. Wäre auch schon wieder zu schön gewesen, nicht wahr? Ain't nobody. Ah, ich wollte gerade Ain't nobody machen. Null Tode gewinnt die Midlane. Lol, er steht einfach auf Kau, da hast du gestunnt. Ja, okay. Check. Oho. Check. Ich bin nicht. Welcome, Alter. U-Boot. Mega-Speed-Boot. Oh, das ist ein bisschen viel. Oh, Leute, ich hab's in den Grab geholt. Oh, dieholt, Alter. Ah, das war ein bisschen früh. Das war ein bisschen über... Ja, why? Ja, ich bin fake main. Fake main. Yeah, later. wir können direkt noch mal ledelle die leute der willst aber ich muss ledelle die glauben erst mal was i thought we party denn dieses auto war meine liebe und ist meine liebe und es hat mich einfach die rückfahrt habe mich voller emotionen gecatcht es war einfach ich war wirklich voller gefühle ihr müsst euch das vorstellen wie ich dann in dem auto durch die berge hochgeflitzt und runtergeflitzt und nach links und mit der kurve und dann haben wir gekuschelt es war einfach es war das jetzt ich habe erzählt wir haben es einfach es war einfach so ein schönes tolles gefühl ich bin quasi wie auf wolken mit meinem auto geflogen links und rechts fliegende giraffen es war ein wundervolles gefühl woher kommt die musik die kommt nicht von mir what the fuck what the fuck ist auch übel laut bei mir was jetzt bin ich übel verwirrt alter hey wo kommt die musik her jetzt mal ehrlich habe ich irgendwas an song request ist an oh mein gott halt habt ihr mir jetzt ein stress gemacht alter song request ist an ihr kleinen wichser ich dachte wirklich ich wäre gehackt worden oder so und dann weißt du ja nicht was die leute alle mit deinem pc noch machen du alter jetzt ist aber erst mal das ding hier erklären uff 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 na süßer uff Ich bin tot. Ja, vielleicht lebe ich sogar. Warum hört man sich eine Stunde Pure Sadness an? Steigert sich man sich bei Pure Sadness nicht total rein? Jetzt z.B. Pure Sadness. Der Game Out. Ich habe so viel Mühe gegeben. Das wollte nicht. Die Minions. Das war so schwer. Ich habe meine Viewer enttäuscht. Wladimir hat nur geweint. Und geintet. Vielleicht hat er geintet, weil er geweint hat. Dieser Game Out wird es niemals schaffen. Das war einfach nicht genug. Das hat nicht gereicht. Wladimir weint doch immer. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, ist ein bisschen deep, Bro. Ja, wollte ich doch meinen. Wollte ich doch meinen. Wir können natürlich auch für... Für ein Roam gehen. Ne, Plating ist aber noch da. Bis zu 14 Minuten, hat er gesagt. Na, da muss ich mal schnell noch ein Plating gönnen. Komm, wir gönnen uns. Ach, gönnen wir uns nicht, weil wir nicht hier rankommen. Oder? Kommen wir ran sogar? Ja, Out-Attack. Ja. Hier nochmal. Ja, okay. Later. Oh, ein Out-Attack. Komm. Bitte. Bitte. Nice. Ähm. Wurf, Leute. Tower Plating. Wurf. 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 Wollte, aber ich kann nicht. Wieso kannst du nicht? Was ist los? Binden dich diese Themen hier. Wir haben einen Jax. Ja, welcome. Ja, welcome. Der Flash. Haha. Der Flash. Der Flash. Habt ihr den Flash gesehen, Alter? Ah, geiler Flash. Ja. Ja. Nein. 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 Ja. Oh, Lord. Komm schon. Nein. Nicht schon wieder. Alter. Alter. Ohne will. Jetzt lang. Irgend. Die Asie ist verbuggt. Wirklich. Habt ihr das gesehen? Wirklich. Du klickst, rechtsklick, aber der greift weder mit Autotech noch mit den Soldaten an. Der Champ ist verbuggt aktuell. Komm doch. Nein. Nicht schon wieder. Alter. Alter. Das hatte ich hier an den Türmen auch hundertmal vorn. Der Champ ist gerade verbuggt seit diesem Patch. Wirklich jetzt. Die mach ich jetzt noch fertig. Einmal mach ich sie fertig. Ich mein, die ist nur zwei Level über mir. Das geht nicht. Oh shit. Der ist nur vier Level über mir. Vier Level ist fast nichts quasi. Was ist das? Bitte kein Schild. Jetzt kommt Outplay, Leute. Pass auf. War nicht auf ihn. Der ist zu stark. Hier, Outplay jetzt. Kannst du ja unterbrechen mit der E. Hoppa. Wer macht denn da Nein? Jetzt kommt Outplay, Leute. Schild auf ihn. Untertitelung des ZDF, 2020